Für englisch, japanisch, chinesisch, spänisch oder russische Subtitle aktiviert den Subtitle-Button, bitte. Wir sehen es hier, die Sonne geht gerade auf bzw. ging gerade auf. Das Ganze heute Nacht noch von Regen unterstützt. Ich bin hier unterwegs, links von mir ist der Milky. Wir sind hier unterwegs in Kroatien, in Dalmatien, in der Nähe von Sadar. Wir wollen heute Vibra Amadite suchen, die Nashornwibbern. Hier gibt es eine schöne, hübsche, kleine Unterart von der Nashornwibber. Das Ganze hat ein bisschen was von der Suche nach einheimischen Reptilien. Wenn ihr euch erinnert, ich hatte mal diesen Aufruf. Die Vibra Amadites ist nah verwandt mit unserer Vibra Berus, mit unserer Kreuzotter. Wir sind nicht allzu weit weg von der Heimat, circa 1000 oder gute 1000 Kilometer. Da gehen wir heute auf europäische Schlangenjagd zusammen mit dem Milky, der von hier ist. Der sich hier auskennt und hoffentlich Glück bringt und wir hoffentlich erfolgreich sind. Wir sind an dem Spot angekommen, wo wir suchen wollten. Was mir noch ein bisschen Sorgen macht, ist dass einfach zu viele Büsche und Bäume hier sind. Ich denke, das wird nicht einfach hier sein. Aber jetzt fangen wir mal hier an. Mal schauen, ob es... Vielleicht haben wir ja doch Glück. Mal schauen, ob der Boden ist ein bisschen nass. Die Straße ist nämlich schon abgetrocknet, aber das Gras ist noch feucht. Hoffen wir, dass es hier heute Nacht auch geregnet hat. Weil da wo wir her sind, wir sind ungefähr 10-15 Kilometer weiter von hier, hat es heute Nacht stark geregnet. Aber ich befürchte fast, dass es hier, wenn überhaupt, nur ganz leicht geregnet hat heute Nacht. So, also hier nochmal mein Begleiter. Milky, say hello to ReptilTV. Hello. Also mein Begleiter, der Milky bzw. Josip heißt er. The correct name is Josip, right? Also Josip heißt er richtig, aber Milky ist sein Umgangsname. Er herrscht hier aus der Gegend, studiert. Und du? You're gonna start veterinary medicine? Third year. Third year already. Okay, also seit drei Jahren studiert er veterinär Medizin. Also er muss sich alles kennen. So you guess we are lucky today? Yes. I hope so. Okay, let's go. Wie das leider immer so ist. Bei der Schlangensucherei. Am Anfang die große Euphorie. Man denkt ja, aussteigen. Fünf Steiner umdrehen. Und man hat was gefunden. Leider funktioniert es nie so einfach. Ich bin mal gespannt, ob man überhaupt was finden will. Wie gesagt, oft ist es am, oder in Afrika sind es ja meistens die Farmer, die einem sagen, na geht da gucken. Oder guck hier habe ich eine gesehen. Dann hat man Glück. Aber so einfach loslaufen, das ist immer eine schwierige Sache. Mein Aussehen. Also wenn ich eine Schlange wäre, wenn ich eine Schlange wäre, ich wäre hier. So eine kleine Heidechse hat er schon mal gefunden. Aber die sind leider auch so schnell, dass die ratzfatz weg sind. Milky sagt irgendwas wäre hier drin. Aber er kann nicht sehen was es ist. Bis wir die Mauer jetzt zerlegt haben, ist natürlich das Tierchen weg. Wenn wir so keine Schlangen finden. Zumindest hier so kleine Gottesanbeterin. Kroatische Praying Monties. So jetzt kommt die Sonne kommt jetzt auch raus. Mal bis jetzt hinter den Wolken. Hoffen wir mal, dass die Sonne uns auch die Schlangen rausbringt. Absolut verhext hier. Ich meine, das Gebiet ist sowas von perfekt denke ich. Aber nicht ein Tier bis jetzt. Ja, wo eine schöne Höhle. Wünsche ich mir jetzt einen afrikanischen Trapper bei. Der könnt ihr gleich sehen und sagen, ob da was drin ist oder nicht. Gehen jetzt an einen anderen Ort. Hoffen wir, dass wir woanders mehr Glück haben. Auf dem Weg hierher habe ich so ein paar Wiesen gesehen. Mit so Natursteinmauern zwischendrin. Jetzt gehen wir mal schauen, ob wir vielleicht an den Wiesen mehr Glück haben. Hier die perfekte Felsmauer. Also ich wiederhole mich ja, wenn ich Schlange wäre. Dann wäre ich genau hier. Gibt wohl im Jahr hier in Kroatien 30, so pro Jahr ca. 30 bis Unfälle immer. Aber jetzt die Woche war auch irgendein Jäger scheinbar gebissen stand in der Zeitung. Also die, ja gerade auch die Amaditis, die beißen schon einmal zu. Und ist nicht ganz so Pille-Palle wie unsere, oder was heißt Pille-Palle. Aber es ist nicht so einfach getan wie bei unseren Berus. Also Amaditis-Biss ist schon ein bisschen stärker, ein bisschen unangenehmer. Und meines Wissens immer mit Serum zu behandeln. Wir sind jetzt hier bei einem Freund von Milky. Der hat hier in der Stadt so eine Reptilien-Ausstellung. Mal schauen, ob er uns vielleicht ein bisschen weiterhelfen kann. Wo wir hier auch nicht nur in der Ausstellung, sondern wirklich in der Wild die Amaditis finden können. Ja, die haben hier eine schöne Ausstellung gemacht. Der, der, wo die Ausstellung macht, ist eigentlich Fotograf. Also die Bilder, die hier sind, sind alle von ihm selber gemacht. Hier die schwarze Mamba darf natürlich nicht fehlen. Man muss hier leben von so einer Ausstellung. Und indem man schwarze Mambas zeigt, kann man sich sicher sein, dass die Leute kommen und gucken. Hier die Ball-Pythons dürfen auch nicht fehlen natürlich. Ja, haben sie wirklich schön gemacht, die Ausstellung hier. Aber das ist ja hier so eine totale Touristenstadt halt. Und kann man natürlich viele Besucher dafür kriegen. Schöner Diamant hier. Ah, da kommt der Kollege gerade raus. Varanus Panoptes ist das. Argus Varan auf Deutsch. Und hier haben wir die von uns gesuchten Amaditis. Ein schön großer Brocken hier. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den Chef hier finden. Bis jetzt ist nur seine Frau da. Wie gesagt, es wäre interessant zu fragen, ob er uns ein paar Ratschläge hat, wie wir hier auf unserer Amaditis-Jagd fündig wären. Samstagmorgen, 5.30 Uhr. Da oben steht noch der Mond. Da hinten geht die Sonne gerade auf. Wir machen einen neuen Versuch. Nachdem wir das letzte Mal erfahren haben, dass ab ca. 6.30 Uhr morgens absolut nichts mehr zu finden ist. Und wir so ziemlich erst um kurz nach 6 Uhr angefangen hatten, sind wir heute eine gute Stunde früher dran. Wir machen heute unseren zweiten Versuch und gehen Amaditis-Hunting. Wir sind hier wieder an dem gleichen Platz wie letztes Mal. Von der Beschreibung her, von den Leuten die schon Tiere gesehen haben, die sagen, niedrige Vegetation an den Mauern werden wir fündig. Jetzt ist es 6 Uhr morgens. Da oben haben wir noch den Mond. Allerdings, meiner Meinung nach, sind wir doch wieder... Also die Sonne kommt da hinten schon raus. Ich glaube, wir sind doch schon wieder eine halbe Stunde, Stunde zu spät. Vielleicht sollte man wirklich in der absoluten Morgendämmer rumgehen. Hier finden wir schon gleich mal eine überfahrene. Sieht nach irgendeinem Natter aus. Hier ist so ein Wasserloch. Ich weiß zwar nicht, ob direkt Amaditis am Wasserloch sitzt, ich denke eher nein. Aber vielleicht irgendwelche anderen Kolubrits oder so. Jetzt kommt die Sonne über den Berg da hinten. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht heißt, alles vorbei. Sondern dass das heißt, die Tiere kommen jetzt raus oder bleiben noch draußen und wärmen sich ein bisschen in der Sonne. Das hoffe ich mal. Also hier ist echt so eine vielversprechende Steinmauer. Da muss es doch schöne Tiere geben. Meine Erfahrung beim Schlangen sammeln ist, dass es gar nichts muss. Gleichzeitig sollte man natürlich auch schauen. Wo man hintritt. Bei der Sucherei. Weil es natürlich bestimmt die blödste Methode ist. Eine dadurch zu finden. Indem man auf sie drauf tritt. An die einem in den Fuß beißt oder so. Also die Sonne kommt von da. Wir laufen im Prinzip hinter der Mauer rum. Ich denke wir sollten mal unseren Platz ändern. Und die Mauerseite ändern. Ja liebe Reptil TV Gemeinde. Was denkt ihr? Was denkt ihr? Besser hier auf diesen einzelnen Steinern suchen? Oder soll ich wieder darüber zu den Felsmauern? Ich glaube ich gehe so langsam wieder Richtung Felsmauern. Da drüben aufgeregter Vogel. Bei den Boas auf Saboga war das ja der Fall. Die Trapper die mit uns unterwegs waren, die haben auf die Vögel gehört. Da wo die Vögel aufgeregt gezwitschert haben. Oder so einen ganz bestimmten Warnruf gemacht haben. Da waren die Boas in den Bäumen gehangen. Mal gucken, ob die kroatischen Vögel das so ähnlich machen. Aber ich glaube sinnvollerweise muss ich jetzt auch mal meine Kamera aus der Hand legen. Weil ich vor lauter Filmen nicht richtig die Aufmerksamkeit beim Suchen habe. Also mal kurzer Break und intensives Gucken. Hier zumindest so ein schöner Skullopender. Jetzt ist er weg. Ich wollte gerade noch sagen, es sieht so aus wie wenn wir heute zurück gehen können. Wir sind eigentlich hier auf dem Rückweg. Da unten steht schon unser Auto. Ja, you find something? Ey, tatsächlich. Let me see. Okay. Da hockt so eine kleine. So, wo hast du es gefunden? Hier. Okay. Okay. So, nicht die Wände, nichts? Nur in der Öffentlichkeit? Okay, also. Jetzt mal hier gucken. Da ist irgend so ein Bärenbusch. Weiß nicht. Heidelbären oder was? Okay. Und da hockt... Das ist ein Baby, oder? Das ist ein Baby, oder? Also diesjähriges Baby. Das da sitzt. Ich denke, wenn die jetzt so ausgestreckt da liegt, dann sieht man die natürlich. Wenn du es findest, dann ist es richtig zu beiden oder nicht? Nein, nein. Es ist willkommen. Okay, ich zeige euch hier nochmal die Umgebung. Also wir sind nicht weit. Da unten steht unser Auto sogar. Wir haben hier das offene Gebiet. Und da hinten sind die... Jetzt sieht man gar nicht die Mauern, die wir gerade abgeklappert haben. Aber die sind direkt da ein Stück weiter hinten. Okay, und jetzt wenn ich... Ach doch, jetzt sehe ich sie trotzdem. Ich habe gerade schon gedacht, wenn ich einen Moment nicht hingucke, ist sie weg. Aber tatsächlich, da hockt die immer noch. Der Gag ist, wir haben jetzt ja wirklich die ganze Zeit auch in den Felsen gegangen. Wir haben hier auch Steinerfelsen geguckt oder in den Mauern. Klar haben wir hier auch Steinerfelsen. Aber wir haben hier keine Mauer. Die Frage, haben wir falsch gesucht oder war die gerade auf dem Nachhauseweg? Ein neuer Tag. Jetzt ist halb elf Uhr vormittags. Ihr seht hier hinter mir diese Straße. Immer wenn wir hier vorbeifahren oder nicht immer, aber relativ oft sehen wir Schildkröten, die hier über die Straße wollen. Oder wir haben leider schon über Fahrene gesehen. Und von dem her nehme ich an, hier in diesem Feld, rechts und links von der Straße, muss es wohl jede Menge europäische Landschildkröten geben. Also Testudo Hermanni. Da wollen wir heute mal ein bisschen schauen, ob wir welche finden. Das Interessante daran denke ich, ist einfach, dass wir ein bisschen den Lebensraum sehen, wo die europäischen Landschildkröten wirklich leben. Was sie an Futter haben, wie der Untergrund aussieht. Ich denke, da können wir schon einiges davon lernen. Da wollen wir heute schauen, ob wir welche finden, die kurz Filmen anschauen. Natürlich wieder an der Stelle freilassen. Einfach um einen Eindruck zu bekommen, wie die Testudo Hermanni hier im Ursprungsgebiet leben. Man denkt immer so einfach, guck, schöner Acker, voll mit Schildkröten. Da gehen wir jetzt suchen, da finden wir Hunderte. Aber eine halbe Stunde später noch nicht ein Tierchen gefunden. Die sind halt einfach so super getarnt. Die sind einfach irgendwo da unten drunter versteckt. Und trotzdem, dass wir hier mit einem Fünfer-Trupp am Suchen sind, noch nicht ein Tierchen gefunden. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann. Aber hier unten sind so die kleinen Wege, Trampelpfade. Das Gras, da unten ein wenig so flach getreten. Seht ihr es da unten? Da laufen die durch. Ja, wir sind von der Uhrzeit, es ist schon wieder relativ heiß. Vielleicht, oder ich denke, dass um die Uhrzeit, werden die halt echt schon alle verkrochen sein. Das ist hier so die Gefahrenzone. Die kommen hier raus. Laufen da rüber. Das ist einfach das Gefährliche. Was man wirklich auch regelmäßig sieht, sind diese Radnetzspinnen. Also ich kenne sie eigentlich aus Südamerika, so Nephila-mäßig. Ich wusste gar nicht, dass es die auch in Europa gibt. Aber meine Hand zum Vergleich. Das sind ganz schöne Brocken auch. Somit brechen wir Tag 1 unserer gezielten Suche mit Kamera ab. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Es wird auch zu heiß für uns und für die Schildkröten. Wir bleiben weiter dran. Wir werden es sicherlich nochmal probieren. Und hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal erfolgreicher sind. Wir haben es jetzt abends 19 Uhr. Da hinten geht so langsam die Sonne unter. Ich bin jetzt wieder an der gleichen Stelle wie heute. Oder wie heute früh. Mal schauen, wenn es kühler ist am Abend, ob ich dann ein wenig erfolgreicher bin hier. Also hier wieder so ein ganz typischer Schildkrötenpfad. Der geht hier durch. Man sieht es zum Teil richtig Gänge unten durch. Hier die Senke runter. Da hinten weiter. Das ist wirklich wie so ein Trampelpfad. Also nicht so gerade wie jetzt ein Mensch laufen würde. Sondern einfach so ein wenig in Kurven. Ich verstehe nur nicht, wieso mir das Glück nicht so alt ist. Dass ich am Anfang oder Ende diesen Weges auch die verantwortlichen Schildkröten dafür finde. Das Blöde ist, der Weg geht wieder voll an die Straße hier. Ah ok. Ich sehe gerade da ist eine Unterführung unter der Straße durch. Könnte es wirklich sein, dass die so schlau sind. Und hier unter der Straße zumindest ein Teil von den Tieren unter der Straße durchläuft. Wie gesagt, wir haben ja schon genug welche gesehen, die drüber laufen wollten. Beziehungsweise auch schon überfahrene gesehen. Aber kann wohl echt sein, dass hier welche unten durchlaufen. Leider wieder ein Fehlversuch. So viele Spuren von den Tieren. Und nicht eine hier zu finden. Ich werde nicht aufgeben. Neuer Tag. Neue Suche morgen. Andere Uhrzeit vermutlich. Neuer Tag. Neuer Versuch auf unserer Schildkrötensuche. Jetzt die ganz einfache Methode. Morgens um die Zeit. Das war eigentlich immer die, wo sie über die Straße laufen. Da mal kurz die Straße abgehen, ob wir was finden. Von den Spuren hier am Straßenrand. Muss hier dieses Feld wirklich das Hauptfeld von denen sein, wo die meisten sind. Also es ist interessant, es ist relativ hohes Gestrüpp. Es sind nicht die Wiesen drumrum, die flachen. Sondern es ist wirklich hier das hohe Gestrüpp. Viel so Brombeer, Himbeer, was weiß ich was das dazwischen drin ist. Oder so Blätter, klar. Das gibt natürlich auch gute Nahrung für die. Und wenn man unten schaut, sieht man wirklich viel so Trampelpfade. Die ich euch schon gezeigt habe. Also irgendwie scheinen die, glaube ich, das hier als Lieblingsbiotop auserkoren zu haben. Heißt dann aber auch, dass sie doch gar nicht, oder ja gut, im Prinzip sind sie dann den ganzen Tag so im Halbschatten. Also so richtig in der prallen Sonne sind sie dann gar nicht. Wenn wir mal schauen, hier liegen leider so Spuren Panzer rum. Blutflecken. Das ist wirklich so die Stelle hier, wo die die meisten auf der Strecke bleiben. Hier auch wieder Panzerstück. Schade, wenn ihr hier die Straße anguckt, ist ja klar, die brettern hier vorbei wie die Verrückten. Wir kommen den nahe. Da haben wir so einen Schlafplatz gefunden. Das sind diese Gänge, wo die drinnen rumlaufen. Die Gänge, die gehen so unten durch. Mein letzter Tag hier in Dalmatien. Hier diese Schildkrötenkillerstraße hinter mir. Heute nochmal geschaut, ob wir irgendeine retten können oder auch schön filmen können. War heute leider keine mehr da. Deswegen hier nochmal die erste, die wir hier gefunden haben als Foto. Das war ein hübsches Männchen, was wir hier gleich am Anfang gefunden haben und zum Glück heil über die Straße gebracht haben. Das Interessante ist, dass man die Gänge und Wege hier gut sehen konnte und auch das Biotop, wo die Schildkröten leben und dass sie hier relativ stark im Gestrüpp leben. Dass sie meiner Ansicht nach relativ viel zu fressen haben. Also ich fand es vom Biotop her recht interessant für einen Terrarian oder für einen Halter von europäischen Landschildkröten. Das konnten wir zumindest schön zeigen. Mit unserer Amodie, das ist auch bei dem Baby geblieben. Eine große wäre auch noch schön gewesen, leider auch nachts nichts zu finden. Aber das ist halt das Schwierige am Reptilienhunting. Also dann bleibt mir treu, checkt meine Balls und helft den Schildkröten über die Straße, falls ihr mal in Kroatien Urlaub macht. Das Kamera kennt Stefan mit seiner Kamera. Der Melinos sagt, er hat was. Okay, ein Erdhaufen. Wir suchen keine Erdhaufen, wir suchen Schildkröten. Ich bin dummerweise barfußlos. Lauf hier auf den Tischeln rum. Stacks hier am Straßenrand rum. Wie der letzte Idiot. Schildkröten You You